Es gibt einige Fragen, die sich jeder Fußballfan schon mal gestellt hat. Wie funktioniert Abseits, warum spielt Israel eigentlich in Europa oder wer hat überhaupt das Fußballspielen erfunden? Auch eine sehr häufig gestellte Frage ist, warum spielt Swansea eigentlich in England und nicht in Reels oder warum spielt Ars Monaco in der Ligue 1? Im heutigen Video zeige ich euch 10 Fußballvereine, die im Ausland spielen. Nummer 10, FC Büsingen Der FC Büsingen ist ein Fußballamateurverein und wurde 1924 gegründet. Obwohl dieser Amateurverein in Deutschland ihren Standort hat, spielt dieser Klub seit dem 26. April 1947 im Schweizer Liga-Betrieb. Der Grund, warum der FC Büsingen in der Schweiz und nicht in Deutschland spielt, ist, dass die kleine Gemeinde Büsingen am Hochrhein, wo der Verein ansässig ist, eine deutsche Sklave ist und komplett vom Schweizer Staatsgebiet umschlossen ist. Wo sie heute spielen und wie gut sie aktuell spielen, dazu habe ich keine genaueren Informationen gefunden. Sie sollen aber mal 1973, 74 mal in der vierthöchsten Spielklasse der Schweiz gespielt haben. Bis April 1927 hat der FC Büsingen einen Nussbaum in ihrem Strafraum stehen gehabt, mussten diesen aber wegen Spielregelwidrigkeiten am 30. April 1927 gefällt und entfernt werden. Nummer 9, DPMM FC Der Duli Pengrian Duda Makota Football Club übersetzt, seine königliche Hoheit der Kronprinz von Brunei Football Club, kurz DPMM FC, ist ein Fußballverein aus Brunei, Daruselam und wurde 2000 offiziell als kommerzieller Fußballverein gegründet. Dieser Verein spielte in insgesamt drei verschiedene nationale Fußballligen, von 2000 bis 2004 in Brunei. Dort gewann man 2002 und 2004 die Bruneiische Fußballermeisterschaft, 2004 den Bruneiischen Fußballpokal. Nach einigen guten Jahren in Brunei wechselte das Team 2005 nach Malaysia. Dort stiegen sie schnell in die 1. Liga auf und wurden im ersten Jahr gleich Dritter. Nach paar Jahren Schwierigkeiten wechselten die Westen 2012 endgültig in die 1. Liga Singapurs. Dort gewann man 2015 und 2019 die Liga, 2012 und 2014 wurde man Zweiter. Während man in Singapur spielte, verkündete der Verein sogar noch das Interesse in die thailändische oder in die indonesische Liga zu wechseln. Heute spielt der Verein aufgrund Einreisebeschränkungen wegen der Covid-19 Pandemie wieder in der Bruneiischen 1. Liga. Nummer 8 Derry City FC Der Derry City FC ist ein professioneller Fußballverein und kommt aus der 85.000 Einwohner großen Stadt Derry Nordirland. Als in Nordirland ansässiger Fußballverein nahm Derry anfangs im Spielbetrieb der nordirischen Irish Football League teil und wurden 1965 nordirischer Meister und 1949, 1954 und 1964 nordirischer Pokalsieger. Aufgrund des Nordirland-Konflikts und der Zunahme an gewaltsamen Auseinandersetzungen im Land zog sich der Verein 1972 aus der nordirischen Liga zurück und nimmt seit 1985 als einziger nordirischer Fußballverein am Ligasystem der Republik Irland teil. Dort gewann Derry insgesamt zweimal die irische Meisterschaft, fünfmal den irischen Pokal und elfmal den irischen Liga Pokal. Aktuell in der Liga steht der Verein nach 13 gespielten Spielen auf den ersten Platz und es könnte in den nächsten Monaten noch die dritte Meisterschaft hinzukommen. Nummer 7 Union Esportiva Bosost Union Esportiva Bosost oder auch UE Bosost genannt, ist ein in Spanien ansässiger Fußballverein, der bei Zeitgründung 1920 am französischen Ligasystem teilnehmen muss. Die Gemeinde Bosost liegt im Tal. Aufgrund des häufigen Schneefalls dort war es dem Klub nicht möglich für Auswärtspartien auf die andere Seite des Aranentals zu kommen. Damit der Klub auch im harten Winter an Auswärtspartien teilnehmen kann, wurde der Klub erlaubt in Frankreich zu spielen, weil es deutlich leichter war nach Frankreich zu kommen als nach Spanien. Heute kann man zwar durch einen Tunnel auf die andere Seite kommen, aber da der damals auch nicht existiert hat und der Verein schon seit Jahren schon in Frankreich spielte, gab es keinen Grund nach Spanien zu wechseln. Lustigerweise hat dieser Klub keinen einzigen Sponsor und wird finanziert von rund 160 Mitgliedern und durch Verkauf von Lottozahlen. Nummer 6 FC Andorra Der FC Andorra ist mit Abschluss der bekannteste andorianische Fußballverein, obwohl dieser nie in der andorianischen 1. Liga gespielt hat. Der Verein wurde 1942 gegründet und zählt zu den ältesten Vereinen des katalanischen Fürstentums. Da es zu diesem Zeitpunkt der Gründung noch keinen andorianischen Fußballverband gab, durfte der Verein mit Erlaubnis der FIFA und des spanischen Fußballverbandes am spanischen Liga- und Pokalsystem teilnehmen. 1994 hat es ihnen sogar gelungen, den katalanischen Pokal zu gewinnen und besiegten dabei auf ihren Weg den FC Barcelona und den RCD Español Barcelona. Seitdem der FCA vom berühmten spanischen Verteidiger Gerard Piquet gekauft wurde, hat der Verein nicht nur einen riesen Bekanntheitsgrad bekommen, sondern steigt nach und nach in die höchsten Ligen Spaniens auf. Nummer 5 Wellington Phoenix FC Der im März 2007 begründete Fußballverein Wellington Phoenix FC ist ein Fußballfranchise aus der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. In der Saison 2007-08 nahm man erstmals an der A-League Australien teil und diente als Nachfolger des Teams New Zealand Knight, auch ein neuseeländischer Fußballverein, der aber 2007 wegen finanziellen Problemen aufgelöst wurde. Nummer 4 FC Vaduz Nicht nur der FC Büsing ist der einzige ausländische Fußballverein, der im Schweizer Ligasystem mitspielt, sondern auch der FC Vaduz. Der FC Vaduz ist ein Fußballverein aus der Stadt Vaduz, ein Hauptort im Fürstentum Lichtenstein. Obwohl der FC Vaduz Mitglied im lichtensteinischen Fußballverband ist, ist man gleichzeitig Mitglied im Schweizer Fußballverband und darf deshalb auch am Schweizer Ligasystem teilnehmen. Der Grund hierfür ist, dass es in Lichtenstein nur ein Pokalwettbewerb existiert, keine eigene Liga. Deshalb spielt der FC Vaduz, USV Eschenmauren, FC Balsas und so weiter gleichzeitig im Schweizer Ligasystem und gleichzeitig im lichtensteinischen Pokalsystem. Der FC Vaduz sogar spielte häufiger in der Schweizer Ersten Liga mit und spielt heute in der Zweiten Liga der Schweiz. Nummer 3 Vennu Science FC Der in England ansässige Vennu Science FC, auch nur TNS FC genannt, spielt seit 1959 im valisischen Ligasystem. Wie du im Emblem von Vennu Science sehen kannst, repräsentiert der Verein zwei lokale Gemeinden. Der Löwe steht für die Region Oswestry in England und der Rote Drache repräsentiert Gemeinde Lahnfrank-Meide-Chichain in Wales. Dieser Verein ist mit 14 valisischen Fußballmeisterschaften der Rekordmeister im Land. Auch gewann er 8 mal den valisischen Pokal und 9 mal den valisischen Ligapokal. Nummer 2 Valisische Fußballclubs in England Es gibt nicht nur englische Fußballvereine, die in Wales spielen, sondern auch valisische Fußballvereine, die in England spielen. Die bekanntesten von ihnen ist der AFC Fraxham, der AFC Newport County, Cardiff City FC oder AFC Swansea. Beginnen wir mal mit Fraxham, den wir besonders aus FIFA 22 kennen sollten. Der Fraxham AFC ist 1864 gegründet worden und ist damit der älteste Fußballverein in Wales. Der valisisch-englische Fußballclub spielt die meiste Zeit ihres Bestehens auf den höchsten Ligenniveaus, England. 1978 gewann man die dritte Liga und stieg in die Championship auf, aber für die Premier League hat es nie gereicht. Obwohl Fraxham in England spielt, nahm dieser weiterhin am valisischen Pokal teil, wo man mit 23 Pokalsiegen Rekordchampion ist. Der nächste valisische Verein in England ist der AFC Newport County. Dieser Verein kommt aus der Hafenstadt Newport und wurde 1912 gegründet und 1989 neu gegründet, weshalb auch zwei Daten auf den Vereinsemblemen steht. Der Verein spielt aktuell in der vierthöchsten Spielklasse Englands, wo man aktuell auf den zehnten Platz steht. Der Klub nahm auch V. Fraxham auch mal am Ralsch Cup teil und gewann diesen 1980. Kommen wir jetzt zu Cardiff City FC, eines von den Bekannteren aus Reels. Cardiff City FC ist einer der beiden einzigen valisischen Klubs, die jemals in der Premier League gespielt haben. Cardiff ist auch gleichzeitig das einzige Team außerhalb Englands, das schon mal den FA Cup gewonnen hat. Und 1925 und 2008 schaffen sie es auch noch ins FA Cup Finale. Auch nahmen sie nebenbei am valisischen Pokal teil, den sie 22 Mal gewinnen konnten. Die Saison 2018-19 war das letzte Jahr, als Cardiff in der Premier League gespielt hat. Heute stehen sie auf die unteren Plätze der EFL Championship, die zweite Liga Englands. Der letzte valisische Fußballverein, der in England spielt auf dieser Liste, ist der Swansea City AFC. Dieser ist bestimmt viele noch von euch einbegriff. Der AFC Swansea City wurde 1908 gegründet und trat 1921 den englischen Ligasystem bei. 1981 stieg der Verein erstmals in die First Division auf und wurden in der ersten Saison direkt Sechster. Stieg lustigerweise eine Saison später wieder ab, aber hin und wieder zeigte sich der Verein wieder in der Premier League. 2013 gewann der FC Swansea sogar als erster nicht englische Verein den Football League Cup und qualifizierte sich dadurch 2013-2014 für die UEFA Europa League, wo man sogar die Runde der letzten 32 Teams kam. Aber dort an Napoli scheiterte. Swansea City gewann auch unzählige Male den Rage Cup, um genau zu sein 10 Mal. Und nach ihrem Abstieg aus der Premier League 2017-18 spielt dieser heute im Mittelfeld der zweiten englischen Liga. Nummer 1. Ars Monaco FC Der bekannteste ausländische Fußballverein der Welt ist der FC Ars Monaco. Der 1924 gegründete Verein trat sofort nach der Gründung dem französischen Verband und dessen Ligasystem bei. Eigentlich kommt der Ars Monaco aus dem Pfirsentum Monaco, was nach der Fläche eines der kleinsten Staaten der Welt ist. Der Verein ist sehr stolz auf ihre Herkunft und der Besitzer des Klubs ist gleichzeitig Herrscher des Landes. Der offensichtlichste Grund, warum der Verein in Frankreich spielt, ist dieser, dass Monaco sowohl weder Mitglied in der FIFA und UEFA ist und daher auch keine professionelle Liga führen kann. Auch gibt es im Land zu wenig Platz, was eine Liga mit mehreren Vereinen unmöglich machen würde. Gleichzeitig würde höchstwahrscheinlich der Ars Monaco die Liga komplett dominieren und es wäre ziemlich langweilig und unattraktiv für Spieler, Sponsoren und Fans. Auch sind die Monogasten in Frankreich gut aufgehoben. Sie spielen regelmäßig in der ersten Liga, wurden mehrmals französischer Meister und Pokalsieger und kamen häufig international sehr weit. Ja Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Kennt ihr noch weitere Fußballvereine, die in ausländischen Ligen spielen? Wichtig ist hierbei nur zu erwähnen, dass ich hier nur Clubs reingenommen habe, die auch wirklich in ausländischen Ligen spielen. Beispielsweise habe ich die kanadischen Vereine wie Vancouver, Toronto oder Montreal nicht dazu gezählt, da die MLS nicht nur die USA, sondern auch Kanada mit einbezieht. Auch habe ich nicht Vereine reingenommen, die wir heute als ausländische Vereine zählen würden, aber damals ein Teil von diesem Land waren. Dazu gehören Rapid Wien, Fürst Wiener, FC Metz oder Rassig-Straßburg, die heute zu Österreich und zu Frankreich gehören, aber damals, als sie in Deutschland gespielt haben, ein Teil von Deutschland waren. Dasselbe gilt auch für Atletico Tetouan, die zwar heute in Marokko spielen, aber zu ihrer Zeit, als sie in der La Liga gespielt haben, diese Region, wo der Verein seinen Sitz hat, zum spanischen Königreich gehörte. Wenn ihr noch weitere ausländische Vereine kennt, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich bedanke mich schon mal in Voraus. Wenn ihr wissen wollt, warum Israel in Europa spielt oder wie ich die Playoffs in der Bundesliga finde, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's in dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.